Ok, was gibt es hier unten zu sehen? Gibt es einen Obsidious Slums? Ok, bekommen wir einen Slums oder so? Äh, bitte was? Ein wilder Trainer. Danke, danke, danke! Wieso Lobung gleich hier? Äh... Danke, danke! Trotzdem muss der Team besiegen. Ey, was ist mit meinem Team passiert? Ist gar nicht gehalten. Ist natürlich nicht der Stärkste, wenn wir trainieren. Aber was so ist... Das ist eh gleich im Arsch. Gut, geht jetzt. Gut, vor Arbeit gelastet. Äh, warte, warte, warte! Ok, ich muss zum Bugman Center, bevor wir hier weitermachen. Äh... Ich wusste gar nicht, dass mein Bugman Team schon so weit runter ist. Zwischen den Aufnahmen nicht aufgepasst. Uff... Dragon Mage. Na komm! Na bitte was? Das hat keine Wirkung. Einmal. Oha! Na komm! Bitte! Lass mich jetzt hier nicht drauf gehen. Na komm! Sehr schön! Der siegt! So, dann mal schnell hier raus. Wir kommen hier gleich wieder. Mir scheint es was Spannendes zu geben. Erstmal ab zum Bugman Center. Ich kriege ein Item, das wir erstmal nicht bekommen können. So, ein Bugman Center irgendwo in der Nähe. Hier ist ein Bugman Center. Ich glaube, da waren wir schon drinnen. Wir haben mit vielen Leuten geredet. Oh, diese Wien sind so erneut. No way already, I have to get home. Hier im oberen Teil der Stadt gucken wir später. So, hier runter in die Slums. Okay, Mysterious. Hier ist ein Nummer. Du wirst nicht wissen, was du findest in einem Ort und Zeit. Du wirst nicht wissen, was du findest. Du wirst nicht wissen, was du findest. Du wirst eine Goldmine setzen. Okay, ich kämpfe nicht gegen uns. Aber er hier. Watch out, they are all over the place. Okay, zwei Pokémon wieder. Wer steht jetzt an meiner Spitze? Ah, hier. Das klang falsch. Wer sitzt an meiner Spitze? Wer steht an meiner Spitze? Wer sitzt an meiner Spitze? Wer sitzt an meiner Spitze? Der wird 16. Ja, der braucht ein bisschen Trainings-Erfahrung. Na toll. Dafür darf man natürlich nicht einschlafen. Haben wir irgendwas im Beutel? Da würde ich mal sagen, tauschen wir mal. In der Spitze... Oh, weg ja. Oh, weg ja. Ich bin nicht sehr effektiv. Und das ist so effektiv. Verdammt. Ich suche nie etwas mit Training. Du machst Platz. Oh nein! Ja, sehr schön. Genauso. Jetzt schlafen die Baiter. Das gibt es doch nicht. Ich habe die Baiter verfallbar mit dem HP. So, mal austauschen, damit die beiden Erfahrungsmodi kriegen. Und dann werde ich die Baiter einsetzen. Backrange. Fantastisch. Das ist doch nicht wahr, wie mein Himmel geschwächt ist nach jedem Kampf. Hier oben bauen wir auch die Slums. Ja, betroffenes Schweigen. Hier ist das Buckema Center. Hin und her. Zwischen Buckema Center und Slums. Schauen hier. Nächster Trainer wartet auf uns. Locked. Hier ist noch einer. Also näher. Ein Sink. Ein Sink. Ich hatte zu viel zu trinken. Und heute habe ich noch nichts zu trinken. Aha. Verstehe ich das richtig, dass wir jetzt hier in den Slums den Armen, den Obdachlosen, die Taschengeld abknüpfen? Dann müssen wir sie besiegen. Interessant. Ah, natürlich pennt er schon wieder. Das gibt es doch nicht. Trinken haben wir noch keinen dabei. Na komm, halt noch aus. Das war ein Fehler. Ich hätte sie noch austauschen können. Na komm. Das ist nicht wirklich sehr effektiv. Ich glaube, der hat dann noch zwei Angriffen. Dann schläft er. Sie. Die unnatürlich ist. Na toll. Diese Schlafattacken. Was soll denn der Misty Jens Zeit? Schau nie. Los geht's. Mach den Rest. Level 16. Und hier wir gehen. Hin und zurück. Wir sind der Stammkunde im Obdachlosen Center. Ein Kindy-Schopf haben wir letztes Mal. Es drückt aus, weil ich den falschen Knopf hier nehme. Okay. Was gibt's hier zu sehen? Ihn gibt's zu sehen. Du wirst kämpfen. Rettet bald. Okay, will nicht kämpfen. Aber er hier. Get out of my face. Ja, was dringen wir hier auch einfach so ein? Das ist hier sehr fragwürdig heute. Oh, ein Trump-Pokémon. Die Weiterentwicklung sieht einfach nur zu sehr nach Trump aus. Wirklich die hier. Magunio heißt die hier. Die richtige Weiterentwicklung. Ich kann mir keiner erzählen, dass die nicht Trump nachempfohlen müssen. Nachempfohlen nachempfinden. Nachempfohlen ist. Siebte Generation Pokémon. Die Weiterentwicklung noch nicht so sehr, aber die Nachentwicklung. Auf jeden Fall. Und ich brauche dich um zu schlafen. Das ist mein Trumpf. Oh, das ist mein Trumpf. So kommen wir nicht rein. Da ist kein Blut. Mit dem Licht ist er. Wenn du bist dein Vater, bin ich. Und wenn du bist du. Ich bin blöde. Ähm. Da gibt's jemand hier. Wir haben noch nie gesehen, dass es einen von diesen vorhanden ist. Es gibt einen Nightshot. Sie appearen all-arounden Dweebonen in verschiedenen Plätzen. Sie nehmen es, wenn es wäre, wäre es besser. Aber, unfortunately, es ist nicht so, dass sie es nicht mehr verletzten. Es hat sich die Side-Effekte ausgeführt. Restore your Pokemon, now that I am ok, you want it? Period. Well done, disappeared that the night shot, your Pokemon got to be feeling mighty mean and wait about snow, hmm? Your Pokemon guide, that's far so really bad. Please keep this area tidy, not everybody wants to step in trash all the time. Ahaha. Not Snowfarm Buzzy. Ok, now go down to the car. Ok, now go up. Ok, now go up. Great wall. Interesting, what we can do. Oh, a wild Pokemon. A Mankey. Hmm, not completely wrong. We can first catch ourselves. We are a team member. Why not? Okay, let's make sure you're bakalım. So – where is thisunder of Pokemon? Come on. Well, I feel like it's very powerful. können. Well, I'll show you one will have to look away. Well, I'll show you one of my Richmond now. Well, why not? Ähm... Manky... When it starts shaking and its nice breathing turns rough, it is a Shuru's sign of anger. However, since this happens instantly, there is no time to flee. Kampfpokémon. The next is trying to learn the WIRBELWIND. Okay, WIRBELWIND, is that right? Yeah, no. Offensichtlich not WIRBELWIND. No, that's not me. No. He did a move to make room for... No. To make stop learning room... Yeah. So, ehm... Hmm... He's a professor. Very nice. He's a team member. He's a team member. Are we now all six full or what? He's a team member. He's a team member. I'm looking for an empty room. I'm looking for a tentative place. He's a team member. aber hier, so schaut es aus. Ich muss da zum Bookman Track Center, weil das Prof ist noch ein bisschen schwach. Der 1.11. haben wir schon erkundet. Das ist der Bookman Center, unser Teammitglied, Aufnahmen. Wir müssen aufpassen, weil unsere stärksten Teammitglieder waren schon fast Level 25. Dann beruhigen sie uns nicht mehr. Oder war das über 25? Ja, ich glaube, der letzte Ohr war bis Level 25. Müssen wir uns mal die nächsten Ohren holen, dass die wir uns dann mit dem Start uns gehorcht. Das ist nämlich in dieser Edition so, dass dann auch die, unsere Team Pokémon ungehorsam werden. Okay, warum kommen wir hier nicht hoch? Mysterios. Okay, dann haben wir das Aerial hier abgeschlossen. Dann machen wir mal die Slams abgebundet. Rassaf gefangen. Nächstes Rassaf, in Deutsch. Bin ich mir nicht so sicher. Machen wir hier schon? Vorherpolt mal. Inூ. Achso. W topics. Was stimmt es? exhibit. Oh, das geht hier ja. Was ist los? Ok, jetzt gehen wir mal hier durch. Das Team greift ja, das Team ist Was ist mit hier? As fascinating as this is, I can't help but stand frozen in fear. Was ist das noch? Oh, die Kamera. Die Kamera auf die Victoria. Oh, this is, oh, I just came to here a bit ago and it wasn't like this at all. From Argentina. As previously started, it is better seen than told. Obsidia Park is one of the senior largest isolated collections of flora within official city limits. However, it is mostly that a park. Under normal circumstances, it is nothing like the malignant tango here displayed. Similar conditions have already been observed in the Jasper and the Belvedere. The Belvedere. Belvedere routes. As we are hence in the current lockdown. How did this happen? Witnesses reported several suspicious individuals holding a large machine to the center of the area prior to the incident. Current hypotheses are from mentioned subjects deliberately perpetrated. Spontaneous erratic growth of the target area suicide device. Specific methods of action unknown. Procedure and exploratory party will traverse the growth and attempt to reach the device at the center. The speaker's obstacles, the speaker's primary college colleagues, remains absent. Additionally, rotated flora poses significant difficulty for troubles. This may be needed for use of TMX cards. Said machine floating resides in the possession of former nation colleagues. Detective assisting parties should seek the above mentioned colleague and obtain blood. The speaker will remain here and monitor the separation in case of any additional sun changes. So we need to look for the person who has cut. Where are they? A colleague was last known to be investigating rumors of other suspicious individuals in this area. The speaker believes she had most recently been searching the area south of the given premises. Subject name Amaria. Oh, I've heard of her. He's a leader. To... Right. Long... Right here. Correct. Okay. So... We are looking for Amaria, the area south of here. We'll find quicker if we split up. So... I'll go ahead and get started. Good luck. Okay. Irgendwie... 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 Leute haben eine Maschine hier gebackt. Die... Diese Pflanzen... Die... Diese Pflanzen... Diese Pflanzen... Wachstum... Startet hat. Und jetzt sollen wir... Die... Die... Kollegen von ihm finden, Die uns die... Frau im Zerschneider bringt. Und sie durch den... Wüstenwelt durch... Sebeln können. So der Plan. How am I supposed to get back to the Onyx? What now? Okay, sie ist nicht. Pass los. Die... 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 Sie hat auch gesagt... Sie hat auch gesagt südlich. Von mir. Also... Wir brauchen hier gar nichts suchen. Wir brauchen hier den Nebenbereich irgendwo. Zwei Mittens oder... Okay. Sie wird es ja wohl nicht sein. Hier irgendwo wo wir schon waren. Hier nochmal die Slums rein. Habt ihr hier eine Programma Trainerin gesehen? Die... 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 Die waren dann aber nochmal irgendwas mit A. War. Die waren so fertig, aber auch nichts gesehen. Tja... Die. Die tour ist schon richtig. Wenn man hier mal ein bisschen gucken, nein, es muss ja hier irgendwo sein. Hier ist noch eine Beschreibung, ich glaube, er hat eine Beschreibung gesagt, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Okay, south of this area. So, vielleicht irgendwie, kommen wir nicht umher, kommen wir nicht durch, doch in Richtung Stumps. Da kommen wir auch nicht durch, da gibt es kaum was anderes. Ich nehme mal hier um, vielleicht kommen wir doch einen Weg. Wo wir uns gefunden haben. Und dann noch mal reden. Okay, nichts. Hier auch nichts. Oh, nein. I thought maybe a Mario would have come to here. But I can't make any bad way here at all. And these guys are awful. Training or not I can't help but feel out of my depth here. Hey, would you agree to a match? You could probably both use the experience. What do you say? Then you are one. Don't hold back, okay? Icky always says you can't train the mind without the body. Let's put both in the fullest. Kampf gegen Vitoria. Hm. Auch interessant. Haben wir noch was tolles zum Abschluss des Parts. Mini Stumps. 4 Pokémon hat es. Level 18. Okay. Level 20. Mal gucken. Versuch es mal mit Proff trotzdem. Wenn das nicht lange überleben wird. Wir hätten auch mal austauschen können. Aber so das Training machen wir später. Effektiv. Sehr effektiv. Nein. Hör durch. Sehr schön. Das Austauschen. Und Training. Oh. Oh. Aber komm. Was? Das ist der Effekt. Ach, Scheiße. Der hat Feuer. Sehr schön. Ich habe mich gefreut, nur weil wir hier irgendwie noch Kluveragent die Kluveragent bekommen würden. Aber diesmal mit Level 25 Militäres täuscht. Level 27. Da wird nicht mehr allzu lang. Fängt ja auch mal nicht mit dabei. Wofür? 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 Na gut, vielleicht durch die Smokescreen können wir uns ersetzen. Oha! Poor Cat. Interessant. Ah scheiße. Das war klar. Wir haben keinen Wasser-Pogmon. Ich habe es nicht mehr an uns. Ja komm. Mein stärkstes-Pogmon. Oha ja. Paranisiert. Das ist gut. Das ist eher schlecht. So wird es doch nichts. Na komm. Und wie sie wäre jetzt mal hilfreich. Wie sie wirken würde. Oh verdammt. Ich habe noch ein paar Pogmon. Ein paar Arzt. Die ganze ist zwar sehr unnevitiv gegen Feuer. Ja. Punkt. Und... Da braucht es keinen... Anang nach zwar. Wie ist das so? Es ist sehr gut. Ja. Die ist sehr gut. Na komm. Nein. Welche Pogmon hat sie überhaupt noch. Ist das das letzte? Oder müssen wir danach noch weiterkämpfen? Oh nein, es wird auch nichts, es wird auch nichts, es wird auch nichts. Verdammt, verperrt. Wir müssen sie besiegen, damit es weitergeht, oder? Das Team ist schwach. Komm, wir werden die doch jetzt noch besiegen, oder? Wie sieht es mit der Zeit aus? Schaffen Mal schauen, wir machen das heute noch in diese Part. Ich laufe hier erstmal hin. Kampf. Oh, die Zeit ist schon sehr gut. Überziehen halt ein bisschen heute. Jetzt kann ich viel ausrichten hier. Es ist wieder die selbe Feder hier, die überlebender sind können. Zum Trainieren. Meine Fressung. Was ist das mit den anderen am Leben? Dürfen wir den Modus. Das hätte ich doch wissen müssen. Wieder der selbe Fehler. Es ist genau, ich bin doch 0. Ich sterne aus meinem Fehler nicht. Okay, das letzte Brumannwirk, letztes. Das war ja sehr knapp. Das war ja sehr knapp. Als ob die Gutschuh das überlebt hat. Das ist der Modipow, den sie jetzt suchen. bist. Was? Okay, Spookman hat hier noch. Aber es ist doch nicht ein letztes Spookman. Oder doch? Ich kann mich an das Spookman nicht mehr daran erinnern. Ah, der Job. Nämnd. Zwei sind noch. Na komm to me. Erstmal schaffen wir es. Mach's glatt. So, letztes. Ich will wissen welches das ist. Auf geht's. Mach's glatt. Okay, was soll der Mist. Das ist so verdammt stark. Ohne Items ist das jetzt... ...dass du jetzt der Rest noch anstellen. Verdammt. So wie Quick Attack wäre hier vielleicht noch interessant. Quick Attack. Verdammt. Wir sind der Barsch. Schon wieder. Ja. Das pflanzt Pokémon. Also. Wow. 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 Wir haben es schon wieder vergabt. Einer guten Dinge sind drei. Ich habe das jetzt dem nächsten Part. Ich habe noch einen tollen Tag. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao.